Hey Frank, was lasst denn so, Alter? Hey, es läuft nicht. Wir haben Nachwuchs hier. Ja? Niedliche Maschinen. Schnell, ne? Ja. Ja. Willst du ne Wette? Hast du etwa sonntags nichts Besseres zu tun? Hey Mann, ich setze 50 auf Nick. Na, wie steht's? Klar, gewohnt. Ich knaps dir deine Rente ab. Zeig's eben nicht. Kuck's für den Intel. Kuck's. 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 Das war's für heute. Du hast eine absolute Vollmacke, weißt du das? Das ist ein ein kleines Erachter.